Herzlich willkommen wieder in der großen Radwelt. Mein Name ist Volker Große. Wir sind Ihr Spezialist für Fahrräder im Süden von Leipzig in Markleberg. Bei uns finden Sie die ganze Palette an Fahrrädern, vom Kinderrad über das Trekkingrad bis zum hochwertigen Elektromontenbike. Wir bieten Ihnen den kompletten Service um Ihr Rad, den Sie von einer modernen Werkstatt erwarten können. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Rad bei uns gekauft wurde oder nicht. Selbstverständlich finden Sie bei uns auch sämtliches Zubehör, was Sie für Ihr Fahrrad und für Ihre Fahrradtour benötigen. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für Sie ausgesucht. Ein Rad, was es nur hier in der großen Radwelt zu kaufen gibt. Das Markle Bike ist ein Rad für Markleberger oder Leute, die sich hier wohlfühlen und sich gerne in unserer Stadt aufhalten. Bei der Ausstattung des Markle Bike haben wir Wert darauf gelegt, dass es sowohl alltagstauglich ist, als auch in der Freizeit im Leipziger Neuseenland genutzt werden kann. Das Rad verfügt über einen vollverkleideten Kettenkasten, was natürlich sehr wartungsfreundlich ist. Der Gepäckträger ist zusätzlich zu den normalen Funktionalitäten noch mit einem Spanngurt ausgestattet für das Badetuch, um irgendwo an einem Strand im Neuseenland seine Zeit zu verbringen. Das Rad ist bereits mit einem Rahmenschloss ausgestattet. Dazu gibt es eine Kette, wo es auch an Gegenstände angeschlossen werden kann. Bedeutet, wenn man länger baden gehen will, steht es auch sicher. Für alle Damen, die im Sommer auch gerne mal mit dem Rock unterwegs sind, ist der Rockschutz hier bei dem Rad schon angebaut. Wartungsfreundlich, einfach zu bedienende 7-Gang-Shimano-Nexus-Schaltung. Außerdem hat es noch einen Korb, um bestimmte kleine Sachen auch transportieren zu können. Falls es doch etwas länger dauert, ihr Ausflug im Leipziger Neuseenland, ist das Rad mit einer Lichtanlage ausgestattet, die über einen Nabendynamo angetrieben wird, der sehr leicht läuft und zuverlässig ist. Außerdem hat es schon einen Lenkungsdämpfer, falls Sie in dem Korb vorn etwas mehr transportieren wollen. Und damit Sie auch sehr bequem unterwegs sind, verfügt das Rad über eine Federgabel und eine gefederte Sattelstützung. Wenn euch das Bike gefallen hat, euch der Beitrag gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben sehr freuen. Oder ihr kommt bei uns vorbei in der großen Radwelt in Markleberg vor den Toren von Leipzig. 作 je Deut ist aus einem Platz. herb inside es